Und seither, ich bin ja sogar, meine Frau und ich sind beide Jäger geworden, weil wir Nose-to-Tail-Eating praktizieren und unsere Wurst selber machen. Aber ich muss ehrlich sagen, eine so verdammt gute Bratwurst, wie ich gerade von diesem Schwabhof hier essen durfte, habe ich selber, man will nicht mehr, gegessen. Die war schon toll. Chapeau!